Hallo, ich bin gerade auf dem Weg zur Probe, Wiederaufnahmeprobe von Novecento, die Legende vom Ozean-Pianisten und ich wollte schnell noch einen Programmhinweis in die sozialen Medien posten. Es gibt einen weiteren Soloabend von mir zu sehen und zwar am 31. Oktober um 19.30 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters zusammen mit Musica Assoluta, das ist ein Kammerorchester aus Hannover, zeige ich L'Histoire du Soldat, die Geschichte vom Soldaten von Igor Stravinsky. Da entspiele ich den Soldaten, den Teufel, den Erzähler, den König, die Prinzessin und noch jede Menge andere Rollen und die Geschichte ist die, ein Soldat kehrt aus dem Krieg nach Hause und das einzig wirklich wichtige und wertvolle, was er besitzt, ist eine alte Geige und diese alte Geige, die verkauft er dem Teufel für ein Buch und dadurch wird er stinkreich, aber leider nicht glücklich und ob er das Glück und die Geige jemals wieder sieht, ja, das erfahrt ihr, wenn ihr kommt am 31. Oktober 19.30 Uhr ins Große Haus des Staatstheaters zu L'Histoire du Soldat, die Geschichte vom Soldaten von Igor Stravinsky mit Musica Assoluta und mir. Ja, und jetzt muss ich anfangen. Tschüss. Vielen Dank.